Es ist eine Zeit der Neuerung und des Fortschritts, in der die größten Denker der Welt die Grenze des Möglichen verschieben. Und eintauchen in das Unvorstellbare. Mein Freund Victor Frankenstein ist einer von ihnen. Ich träume von einer Welt, in der Hoffnung die Angst ersetze. In der ein Krüppel geheilt wird und wieder gehen kann. Was, wenn wir jedem Leben die Chance geben könnten, die es verdient? Igor, hilf mir, die Welt zu verändern. Es gibt einen Unterschied, ob man Maschinen benutzt, um ein verlorenes Leben zu retten, oder ob man etwas erschafft, das niemals hätte existieren sollen. Jetzt! Ja, es lebt. Ach, Arbeit ist erstaunlich. Könnt ihr noch einen erschaffen? Kann ich und darüber hinaus noch weit mehr. Seid vorsichtig, Mr. Frankenstein. Das Leben ist eine heilige Schöpfung. Ich träume von einer unsterblichen Armee. Eine Million Mann stark. Victor, ihr habt mir versprochen, es würde einzig ums Leben gehen. Es geht um so viel mehr. Es war gemeingefährlich! Da fühlt sich in der Hörle! Da fühlt sich in der Hörle! Nein! Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Mom. Es tut mir leid mit deiner Mom. Danke, Mike. Ich liebe dich. Vielen Dank.